Marco Polo müsst ihr selber auch mal mit euren Freunden in Fortnite spielen. Albi mach mal Piep! Okay, du bist geradeaus irgendwo. Komm jetzt! Wo bist du? Warte mal, hier ist irgendwas. Albi mach mal Piep! Im Moment, tick mal nach da. Bist du irgendwo oben? Junge, Johnson, ich glaub deine Sonnenbrille ist ein bisschen zu dunkel. Junge, ich seh gar nicht den Blick durch. Warte mal. Albi mach mal Piep! Irgendwo leicht nach rechts. Ey Johnson, das ist gar nicht so schlecht. Du läufst gerade gegen ein paar Wolves, Bruder. Wollen wir hier abbauen kurz. Kann ich irgendwo hoch? Du kannst hoch? Ich versuch's zu klettern. Kletter ich? Nee. Albi mach mal Piep! Ey du bist, nein warte mal, du bist rechts. Langsam drehen. Albi mach mal Piep! Okay, jetzt noch einen Tick und jetzt geradeaus. Ja, ist gar nicht so schlecht. Schieß nach oben. Oh mein Gott! Meter machen, Meter machen, Meter machen. Bin ich jetzt genau unter dir? Ja. Du guck, oh mein Gott! Mach mal Piep, Bucky. Okay, du bist genau über mir. What? Wieso hätte ich dich nicht? Oh, 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 oh! Oh, jetzt bin ich gefallen. Warte mal. Warte mal. Geil, nein. Ich weiß nicht. We need a stretch. Ja, let's go. GGs.